Ladies Night of Six. Auserwählt, das Böse zu bekämpfen. Kommt schon, Leute. Lasst uns doch mal Spaß haben. Sie sind sexy, clever und einfach umwerfend. Wir oder die Mächtigen Drei heißt es nun. Voila! Drei Schwestern kämpfen mit den Waffen der Frauen gegen die Fensternes. Es wird alles gut, ich verspreche es dir. Begleite die zauberhaften Hexen auf ihrem Weg in die entscheidende Schlacht. So etwas kriegst du nicht jeden Tag zu sehen. Charmed, die 8. Staffel. Morgen 21.25 Uhr auf Six.